Dann würde ich weiter auf blühenden Kohlen sitzen, also im übertragenen Sinne. Ja, und die restlichen, restliche Zeit würde ich dann auf die anderen warten, wahrscheinlich außerhalb des Tempels. Ja. Weil die Rosenjournal mich ja da im Garten nicht mehr sehen wollen. Ja, das sind ja wie gesagt zwei verschiedene Tempelanlagen. Du hast ja einmal den in Keringard im Süden und du hast einmal den bei Shamiran im Süden ebenso. Das sind einmal der Rosentempel, da hast du dann beschworen und dann haben wir noch den Raya-Tempel. Und da an dem See werdet ihr euch gerade aktuell aufhalten. Okay, alles klar. Da sind aktuell keine Rosenjournal, aber die wissen natürlich auch, was du getan hast. Da fehlt jetzt irgendwie eine Left-Hand-Statue, du hast eine große Spende da geliefert. Das ist den Raya-Geweihten aktuell nicht so wichtig. Also gerade wenn du in Begleitung von Keras da rumläufst, soll die nicht kümmern. Gut, okay. Was tut Iserun in der Zeit? Sie geht ins Hotel zurück, ordnet da ein bisschen ihre Notizen und geht dann in den Palast, wenn sich bis dahin jemand eingefunden hat, um Bericht zu erstatten. Ja, okay. Dann kannst du ohne deine Gefährten herantreten, wirst dann selbstverständlich auch vorbeigelassen. Du kannst aber auch erkennen, wie hier am Königstor gesichert von zwei, drei Wachen auch der aufgespießte Kopf von Demiona, von Zorgan, immer noch verblieben ist und hier dann dem Volke dargebracht wird. Und du kannst auch sehen, wie hier wohl einiges an faulen Früchten liegt, die wohl dahinter, ja, irgendwo neben dem Kopf liegen. Einige matschige Stellen deuten auch an, dass er wohl getroffen wurde. Es geht einfach nur darum, dass jetzt niemand den Kopf abnimmt und damit dann durch die Stadt läuft oder sowas. Deswegen sind die Wachen dann hier, aber viele Leute haben hier dann auch ihrem Unmut das Ganze nochmal gezeigt und Sorge dafür getragen, dass das eben auch jeder weiß. Durch das Palastviertel hindurch kannst du dann auch wieder vorbeigehen an dem großen Sternenpalast von Sybja al-Nabab, der ehemaligen Sultaner. Und dann wirst du auch vorgelassen ohne deine Gefährten im Spiegelpalast von Eleonora und Arcos. Ebenso kannst du erkennen, wie hier wieder viele Visiere sind. Du musst dann noch das ein oder andere Mal ein bisschen warten und nach ungefähr einer halben Stunde wirst du dann vorgelassen vor die beiden, die dann dort sitzen. Einige Wachen kannst du erkennen, aber es ist jetzt hier kein großer Anlass. Dass deine Waffen, mit Ausnahme deines Stabes, werden dir selbstverständlich wieder abgenommen. Aber das ist auch wieder nur rein pro forma. Immerhin bist du auch neben ihnen schon geritten. Aha, die Heldin von El Burum. Seid mir willkommen, Pfeil des Lichts. Begrüß dich, Eleonora. Vielen Dank, edle Maharani. Ich komme, um einen Bericht abzuliefern über das, was in El Burum passiert ist. Stimmt, ihr seid mit Iphemia geritten. Richtig? Wie ist es gelaufen? Richtig. Es ist gut gelaufen. Die Stadt wurde im Handstreich genommen und die Satrapa ihrer Macht sowie ihres Lebens entledigt. Endlich. Sie war eine besonders widerwärtige Frau. Wir konnten einige Geschichten aus El Burum mit anhören, was sie tat und wenn sie für ihre Verbrechen gesühnt hat, dann ist dies gut. Die Beli Iphemia berichtete, dass sie nun allerlei Beweise einsammeln wollte und damit den Schuldigen den Prozess machen will. Nun, das klingt doch sicherlich sehr aufschlussreich. Wir werden natürlich noch ebenso über sie selbst Gericht halten müssen, aber immerhin wurde sie von meiner Schwiegermutter Sybia selbst eingesetzt als Gräfin und das war kurz vor diesem Umsturz der Thronräuberin. Wir müssen einmal sehen, inwiefern sie vertrauenswürdig ist und inwiefern die Beweise oder Hinweise, die sie uns geben kann, ausreichend sind. Richtig. Immerhin ist sie erst vor sehr kurzer Zeit übergelaufen. Sie scheint jetzt wieder nach aranischem Recht handeln zu wollen, aber ich denke, es ist eine gute Idee, sie gerade durch die Kirchen überprüfen zu lassen, dass auch kein Makel an ihr ist. Immerhin wollen wir keine Baktiere an unseren Reihen haben und gerade die Erzdämonen, die der Rosengöttin im Weg steht, ist leider allzu oft mit Intrigen bestückt. Wie hinterhältiger Verrat, List und Betrug. Sehr richtig, euer königliche Majestät. Und wenn ihr möchtet, bitte? Was könnt ihr uns von El Burum berichten? Wie ist die Lage dort in der Stadt? Was hat Hafax zurückgelassen? Nicht viel. Alles, was nützlich war, Vorräte, Schiffe, hat er mitgenommen. Er scheint vor allem es auf Vierbeine, also Pferde, abgesehen zu haben. Und er hat den Leuten ihr Leben gelassen, soweit wir das erkennen konnten. Nur die Stadtwache von El Burum wurde vollständig oder nahezu vollständig vernichtet. So wie ich es verstanden habe, hat die Beli Ephemia nun ihre eigenen Truppen als behelfsmäßige Stadtwache eingesetzt. Ja, würfel mal bitte Menschenkenntnis. Du kannst sehen, wie sie ihre Faust ballt und mehr zu sich selber murmelt, aber du kannst es vielleicht sogar hören. Gleich nochmal eine sinnsschärfe Probe hinterher. Die Menschenkenntnis ist gar nicht so gut. Aber du kannst wohl verstehen, wie sie mehr zu sich selbst spricht. Dieser Verräter. Dieser Verräter? Dieser Verräter. Damit meint sie auf alle Fälle Hafax. Ja, das ist es, was Heptarchen tun. Sie verraten einander und uns Göttergläubige. Ja, selbstverständlich. Was hätte man auch anderes von ihm erwarten können? Gut. Dann müssen wir schauen, inwiefern wir die Huronische Halbinsel wieder aufrüsten können. Vor allem, wenn wir die Hauptstadt der Halbinsel wieder in unseren Reihen begrüßen können. Die Weiße Stadt. Schauen wir einfach mal, wie es sich entwickeln könnte und auch inwiefern wir Janka als wichtigen Handelshafen wieder zurückgewinnen können. Aber das wird die Zeit zeigen. Zumindest der Hafen in Elburum scheint nicht beschädigt worden zu sein. Immerhin das. Die Schiffe können sicherlich wieder aufgeforstet werden. Aber auch das soll jetzt erstmal nicht Anlass zur Trauer sein. Was wichtig ist, ist, dass der Splitter dank eurer Hilfe in Mishal Tarif wieder in unseren Händen ist. Er befindet sich sicher unter der Obhut von einigen Analyse-Magiern, würde ich sie nicht nennen, aber einige Hexen, die ihn begutachten, ebenso wie Geweihte der Rosengöttin. Isavon lächelt ein wenig gequält, als sie Hexen erwähnt. Ja, was das angeht, so biete ich gerne meine Dienste hinsichtlich der Unterbringung des Splitters an, zumal ich bereits Erfahrungen mit solcherlei Artefakten gesammelt habe. Vielleicht haben die geneigten Hexenschwestern nicht so viel Erfahrung damit. Was meint ihr damit, Unterbringung? Sie befindet sich in einer Koschpa-Saltkammer. Was können wir anderes tun? Nun, sie auf geweihtem Grund zu hinterlassen. Also ich denke, dass ein dreifach von der Hellrin Raya gesegneter Grund eine noch bessere Möglichkeit wäre. Plus die Koschpa-Saltkiste. Es ist eine ganze Kammer, nicht nur eine Kiste. Aber ich werde sicherlich noch einmal mit den Geweihten der Mildengöttin sprechen und ihnen nach ihren Analysen dazu raten, dass sie auch den Grund, auf dem der Splitter liegt, einsegnen. Das ist gewiss eine gute Maßnahme. Ihr sagt, ihr habt Erfahrung mit der Lagerung von diesen Artefakten. Habt ihr denn einen anderen in euren Reihen? Ja, den Deschenders der Elemente, als Galotta vernichtet wurde. Im Moment ist es allerdings nur von einer zeitweiligen Unterbringung zu reden, denn die letztliche Lagerstatt oder gar Zerstörung, wenn alles gut geht, sollte hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Die Zerstörung eines Splitters. Nun, dann warten wir doch erst einmal ab, was die Analytiker melden. Und ich bin gerne auch bereit, dass eure Pfeile des Lichts ihn begutachten und prüfen. Allerdings würde ich doch dazu raten, dass er so lange in diesen Kammern verbleibt, bis wir wissen, was wir mit ihm tun oder wie wir ihn vielleicht auch vernichten können. Er sollte eigentlich sicher sein, denn ohne, außer in dieses Palastviertel können nur meine Wachen und geladene Gäste vorgelassen werden. Innerhalb des Spiegelpalastes selbst ist er sehr sicher. Davon gehe ich aus. Ich möchte einen weiteren Transport nicht riskieren in diesen riskanten Zeiten. Immerhin brennt das Mittelreich ja auch selbst. Gut, wie geht ihr weiter vor? Haben wir euch eigentlich schon belohnt? Wir benötigen keine Belohnung. Das Streiten für die Götter und das Recht ist unsere Belohnung. Nichtsdestotrotz soll euch... Ich glaube, meine Schwiegermutter hatte bereits mit meinem Gemahl gesprochen und gesagt, dass euch ein Gebäude übereignet werden sollte. Und euch als auch der Organisation der Pfeile, mit dem ihr dann tun und machen könnt, was ihr mögt. Zumindest dürft ihr es nicht verkaufen oder vermieten oder verpachten, aber ihr könnt Umbau vornehmen, wenn ihr mögt. Ihr sollt diese Übereignungsurkunde bekommen. Ihr hattet ja immerhin danach gefragt, wenn ich richtig informiert worden bin. Das seid ihr. Ich wäre natürlich überaus dankbar dafür, denn ich denke, ein weiterer Stützpunkt im Kampf gegen die Mächte der Finsternis kann uns allen als Göttergläubigen nur zugutekommen. Nun, also gut, das Gebäude steht so oder so leer und da Sybia sich so erkenntlich zeigen möchte, möchten wir doch diesen Gefallen tun. Ihr sollt ja ein Haus für wahre Helden bekommen und damit auch einen weiteren Stützpunkt im Kampf gegen die Umtriebe der Heptarchen hier bekommen. Vielen Dank. Was möchtet ihr als nächstes tun? Möchtet ihr aufbrechen? Möchtet ihr hier verweilen? Ihr bekommt natürlich mit dieser Überschreibungsurkunde auch die Bürgerrechte in Zorgern und dürft natürlich auch mit... Ihr bekommt das Recht, ein Gewerbe auszuüben. Da müsstet ihr natürlich noch einmal mit den Gilden sprechen, aber wenn ihr eigene Gewürze anbauen wollt, euch eine eigene Parfümerie zulegen wollt, all das, was ihr machen könnt, dürft ihr selbstverständlich auch tun. An den Wegen dürft ihr auch Reitlehrer oder so etwas spielen. Für meine Gefährten kann ich natürlich nicht sprechen. Derzeit sind meine Pläne tatsächlich, dorthin zu gehen, wo man mich am meisten braucht im Kampf gegen die Finsternis. Also gut, dann tiefer in die schwarzen Lande. Richtig, oder zurück ins Mittelreich. Ich denke, man wird mir Kunde senden, wo man mich braucht. Falls wir noch etwas für Aranien tun können, so zögert es nicht auszusprechen. Ich werde mich mit meinen Visieren beratschlagen, ob es noch etwas für wahre Helden zu tun gibt, aber meines Wissens müssen wir uns jetzt viel um Verwaltung kümmern. Wir werden Richter berufen, die dann die vielen Adligen überprüfen, die dann von Ephemia genannt werden, im weiteren Verlauf haben. Ephemia selbst muss selbstverständlich auch noch geprüft werden, aber das ist nichts, was Helden bedarf. Aber wir werden uns an euch und eure Gruppe wenden, wenn wir weitere Probleme haben. Ich hoffe natürlich nicht, dass es dazu kommt, aber für den Fall der Fälle werden wir natürlich an eurer Seite stehen. Vielen Dank. Wenn ihr mögt, werde ich noch euren Visieren einen genauen Bericht abliefern. Ansonsten würde ich mich gerne zurückziehen, wenn ihr erlaubt. Sie selbst wird wohl nicken und hat wohl keine weiteren Fragen. Du kannst aber sehen, wie Arkos kurz einmal seinen Finger hebt und dich bedauernd ansieht. Sagt hübsche Blume, was beklagt euch? Ihr seht aus, als ob euch ein Grimm im Nacken sitzt. Oh, es ist nicht, was euch bekümmern müsste, euer königliche Majestät. Ich kümmere mich natürlich auch gerne um meine Mithelden beziehungsweise meine Mitbürger. Jetzt, wo ihr Bewohner von Zorgern seid und eine eigene kleine Villa euer Gut heißt, es hätte ja sein können, dass ich euch irgendwie helfen kann. Das ist wirklich überaus freundlich von euch und ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich denke aber, es liegt allgemein an diesen schwierigen Zeiten. Wo soll man oder wie soll man zur Ruhe kommen, wenn überall um einen herum schlimme Dinge passieren? Und da sagt ihr gar weise Worte? Ich danke euch für euer Verständnis. Ja, er senkt dann auch seinen Zeigefinger und nickt dir zu, entlässt dich damit eben auch. Du kannst dann noch ungefähr eine Stunde dann mit den Visieren sprechen und dann ein genaues Lagebild geben, bekommst dann natürlich auch noch ein paar Karten, inwiefern ihr dann, ja, die Stadt dann einschätzen könnt. Gut, du sagtest, die Stadtwachen selbst sind dann auch getötet worden. Die Femia sitzt dann mit ihren eigenen Leuten dort. Also das, was Chiara sagt, könnte natürlich schon sehr, sehr richtig sein, dass sie sich da jetzt selbst intronisiert hat und die nächste Abteilchen wird, wird die Zeit zeigen, ob es dann eben der Fall ist und sie dann mit 200 Leuten beziehungsweise 150 Leuten so eine Stadt halten kann. Das wird sich zeigen, aber auch das für einen späteren Tag. Ich kann auch nochmal einen genauen Bericht dazu abgeben, inwiefern ihr dann die ehemalige Sultana von El Burum besiegt habt, diese hässliche alte Vettel, die 70 Jahre alte Merisa. Und dann wirst du entlassen und kannst dich dann ebenso wieder zurückziehen. Gut. Ja, wenn die Herrscher erfahren haben, dass ihr wieder zurück seid, könnt ihr natürlich auch wieder auf ihre Kosten, ja, nee, das macht keinen Sinn, dass ihr jetzt nochmal im Hotel Al-Zorgan schlaft. Also dann könnt ihr wieder getrennt entweder in der Karawanserei rotes Kamel schlafen oder eben, wenn ihr euch umgebucht habt im Hotel Al-Zorgan am nächsten Tage könnt ihr zumindest dann entweder vielleicht wieder zusammentreffen oder auch nicht. Das wird sich dann auch nochmal zeigen, ob Isarun wieder zurückkommt. Du weißt zumindest, wo sich die anderen aufhalten. Aber ihr könntet ja dann noch die Residenz begutachten, die euch heute dann zugeschrieben wird. Vielleicht berichtest du auch noch den Helden, was sich dort zugetragen hat. Wir schreiben den nächsten Tag. Es müsste sich jetzt um den siebten Reihe handeln, wenn ich richtig informiert bin. Und damit enden auch die Festivitäten, die jetzt die ersten sieben Tage im Reihe auf den Straßen von Zorgan zu bewundern waren und ihr nicht wirklich davon etwas hattet. Wie viele Modifikationen zum Regenerieren? Ja, willst du rotes Kamel oder Al-Zorgan? Al-Zorgan. Al-Zorgan. Dann kriegst du eine Plus 2, musst aber natürlich auch wieder dick in die Tasche greifen. Das war beim ersten Mal nicht der Fall, weil das die Königin übernommen hat. Aber jetzt in diesem Fall kannst du mal so eine Nacht im Hotel als Zorgan, Qualität 10, streich dir nochmal 5 Dukaten ab. Alles klar. Gutes Frühstück, Regeneration plus 2. Ja. Gut. Wie viele Tage hat die noch weiter gedauert? Dreieinhalb. Also ihr seid am dritten Reihe aufgebrochen und seid dann am sechsten Reihe abends angekommen und ihr hattet dann im Raya-Tempel so ein bisschen gebadet und Isarun ist dann nach einem sehr kurzen Reinigungsritual nach oben gegangen, sodass wir jetzt den siebten am Morgen schreiben. Also vier Nächte, vier Kamel. Richtig. Okay. Das heißt, ich darf noch dreimal auf der Reise regenerieren. Genau. Also das waren jetzt sehr schlechte Regenerationssachen für dich dann mit einer Minus 1. Weil ihr da nicht richtig ausgestattet seid. Mal hier, mal da, irgendwo am Wegesrand. Aber für Keras sind natürlich die vier Kammerpunkte noch ganz essentiell. Gut. Dann Frage an Isarun. Möchtest du zu deinen Gefährten aufschließen? Ja, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass wir im Hotel Altsorga noch unsere ganzen Gepäckstücke haben. Deswegen würde ich mich dorthin wenden. Gut. Dann werden die anderen sicherlich auch noch irgendwie ihre Überbleibsel auch dort nach dem Frühstück im Roten Kamel können sich dann auch dort dann wieder versammeln, um ihre einzelnen Gepäckstücke wieder zu sammeln. Und dann, ja, in so einem kleinen Seminarraum oder sowas, der euch da zur Verfügung gestellt wird, könnt ihr dann beratschlagen und bereden. Auch wenn Isaruns Laune, ja, vielleicht ein bisschen besser ist. Isarun, was haben die Herrscherinnen gesagt? Äh, sie sind natürlich sehr dankbar, dass wir bei der Beschaffung des Splitters geholfen haben und waren auch über den Bericht aus Elberum dankbar, dass die Satrapa gefallen ist, schienen auf Begeisterung zu stoßen. Und wie mit dieser selbsternannten Beli oder was auch immer sie ist, umgegangen wird, das wird sich wohl noch zeigen. Also, so wie ich es verstanden habe, soll ihr noch ein Prozess gemacht werden, weil sie ja, äh, Oron angehört hat. Was ist mit dem Splitter? Der befindet sich in einer Koschbasaltkammer unter dem Spiegelpalast. Was meinst du? Das wird jetzt von irgendwelchen Hexen analysiert. Ähm, hält dieses Koschbasalt dem Splitter stand? Ja, zumindest für eine gewisse Weile. Wir haben keine Informationen über eine längere Analyse, weil der Splitter, der in unserer Gewalt in Garit ist, dort noch nicht sehr lange ist. Mhm. 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 Ach ja, und wir bekommen so eine Residenz hier in Zorgan und die Bürgerrechte. Ach, interessant. Aha. Oh je. Ja, gut. Ähm. Habt ihr diese Residenz schon gesehen? Nein. Wollt ihr jetzt wieder eine Haushälterin einstellen? Ach, wahrscheinlich will er das. Nein, ich denke nicht. Wir sollten erstmal die Räumlichkeiten überprüfen, ob sie angemessen sind. Aber wir... Wir haben da ja eine Villa eingerichtet. Jetzt haben wir noch... Na, das wird so viel Geld kosten. Aber ihr seid doch eh vermutlich nie wieder in Zorgan. Können wir diese Villa nicht einfach Villa sein lassen? Es ist ein Geschenk. Es wäre eine straflässige Vernachlässigung dieses Geschenks, eine Beleidigung der Herrschaften. Ja, leider hat er recht. Wir dürfen es nicht einfach bekommen lassen. Ein Geschenk, das Arbeit macht. Ich weiß nicht, ob das so ein tolles Geschenk ist. Arbeit macht und sehr, sehr viel Geld kosten wird. Ja. Was für ein Geschenk. Hätte man uns nicht einfach irgendwas Praktisches geben können? Nun, wenn ihr keine Verwendung dafür habt, ich habe sie. Ich habe nämlich auch die Erlaubnis bekommen, ein Ordenshaus der Pfeile des Lichts hier zu gründen. Ja, das ist in Ordnung. Oh nein, das klingt, ob ihr gar nicht einziehen wollt. Okay, Abelmiad. Du, ihr habt mich missverstanden. Ich begrüße es, dass ich endlich mal etwas magischer Sachverstand in Zorgan Einke und seines auch die Pfeile des Lichts. Aber, naja, ich hätte mir etwas anders gewünscht. Wieso hast du sogar meine... Tatsächlich, was für einen Orden hättet ihr euch denn gewünscht? Natürlich den ODL. Natürlich den ODL. Was ist denn der ODL? Ach, das andere... Defensoris Lectura, äh, die... Nun ja, äh, die... Gemeinschaft zum Schutze der Grauen Akademien, könnte man sagen. Ja, die von einem ehemaligen Paktierer angeführt wird. Echt? Einen ehemaligen Paktierer. Und er hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen. Und er hat Großes geleistet. Ja, genauso wie euer Freund Polbera. Ihr wollt doch nicht Polbera mit dem edlen Thalesin von Borbara vergleichen. Wo denkt ihr denn? Das ist selbst für euch schäbig. Was soll das heißen, selbst für mich? Nun ja, ihr wisst doch um seine Rolle im Krieg gegen Borbara, nicht wahr? Wollt ihr diese Rolle leugnen? Ach, ich bin nicht betrunken genug bei das hier. Ich stehe auf dem G. Also, Isarun, wenn du da dein komisches Ohrenshaus baust, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber ich hätte schon gerne, dass meine Brüder und Schwestern, wenn die mal in Zorgard sind, da schlafen können. Also so einen Raum bräuchten wir schon. Oder Zwerge. Eine zwergische Unterkunft, das wäre auch was Feines. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß das Ding ist. Aber da wird doch bestimmt schon Platz sein, dass sie sich da hinknacken können, oder nicht? Ja, wisst ihr was? Ich frage einfach nach einem anderen Gebäude. Wenn euch das mehr beliebt, von mir aus. Vielleicht sollten wir erstmal die Räumlichkeit inspizieren, bevor wir weitere Entscheidungen treffen. Ja, aber mir, wir gehen die Villa angucken. Bist du jetzt zufrieden? Ja, ich bin nicht unzufrieden. Ja, weiß denn irgendjemand, wo diese Villa ist? Koko fragt zu Isarun. Nein, ich weiß das nicht. Ich nehme mal an, dass die Maharani irgendwann eine Depesche senden wird. Gut, also können wir uns bis dahin entspannen. Rücheln. Oder wir gehen schnell zur Maharani und fragen nach. Genau, sie hat sicher nichts Besseres zu tun, als Wegweiserin zu spielen. Nur einer ihrer Visiere könnte bestimmt einen Bruten schicken. Oder einen Bären, der uns dieses Haus zeigt. Warum habt ihr es denn so eilig, Abelbier? Nun ja, die Zeit drängt. Wir wissen nicht, was im Mittelreich vor sich geht. Genau. Der Alagrim. Denkt an den Alagrim. Sagt Isarun, habt ihr über die Kornknappheit im Mittelreich gesprochen? Nein. Die müssen ja auch nichts essen. Vielleicht sollst du mir dieses Gespräch noch einmal an die Maharani herantragen. Ihr wisst doch sicherlich, dass die Zustände im Mittelreich zur Zeit etwas heikel sind. Aber wir haben nicht wirklich mit hohen Würdenträgern oft zu tun. Wir haben es ihr bereits gesagt, bereits bevor wir nach Elburum aufgebrochen sind. Und hohe Würdenträger mögen es nicht besonders gerne, wenn man ihnen die gleiche Sache mehrmals nahelegt. Das könnten sie als Belästigung empfehlen und ihre ursprünglich gegebene Zustimmung wieder zurückziehen. Und wie denkt ihr das Problem anzugehen? Ich bin mir sicher, dass sie ihr Wort halten wird. Nun gut, dann vertrauen wir das Leben unzähliger, mittelreicher Bürger, Garets und umliegender Städte und Länder auf eure Hoffnung. Das klingt nach einem guten Plan. Das klingt nach einem guten Plan.